Musik Oh mein Gott Leute wisst ihr welchen tag wir heute haben anscheinend wisst jetzt wohl nicht okay ich sag's euch heute ist mein youtube kanal 4 jahre alt und das bedeutet wir feiern den vier jahres jubiläum leute denn heute ist der 24 juli und das bedeutet heute läuft eine besondere prämiere extrem champion youtube ist heute wieder mal am start und willkommen wieder zurück auf meinem neuen prämiere oh mein gott ihr schon gesehen letztes jahr schon ein drei jahres jubiläum premiere auf meinem kanal hochgeladen und vor letztes jahr ein zwei jahres jubiläum und dann sogar noch vor drei jahren ein jahres jubiläum which is actually just a video but cares und ja wir haben 2024 ihr wisst genau ich habe meinen kanal 2020 angefangen und jetzt sind wir schon im jahr 2024 und außerdem wollte ich mich noch für die 1.900 abonnenten und für die 300.000 aufrufe bedanken die wir letztens erreicht haben wir sind jetzt auf dem weg zu 2000 abonnenten und zwar den endspurt uns fehlen uns noch genau 94 abonnenten ihr könnt sehen ich bin in einem nordpol gelandet und dieses game zock ich eigentlich dieses jahr im dezember so wundert euch nicht warum ich im nordpol bin ich kann es einfach ok in diesem video wollte ich euch einfach die best of extreme champion youtube moment zeigen die ich bis jetzt auf youtube hochgeladen habe und ja um euch einfach zu entertainen bekoste ich bin der krasseste topo youtube aller zeit nicht ganz einfach so ja was ich jetzt eigentlich nur noch sagen kann ist ja viel spaß mit meinem ganzen premiere so ja holt euch ein popcorn holt euch noch ein getränk sitzt euch zurück entspannt euch und ja enjoy das banger premiere video und damit sage ich eigentlich eigentlich zu euch extrem champion youtube ist out peace out rexifans bye bye yo so before the premiere begins i forgot to mention we got two new fanarts on discord that i'm going to show right now the first one is from Sarah Moj then she created my Gacha OC which i find really cool and the second one is from Maya06371 Sie hat auch meine Gacha-Life-O.C. Und es ist wirklich sehr, sehr cool und okay. Und ich benutze es auch meine Profile-Picture. So ja, wir beginnen mit der Funny Moments-One. Bye! Yo, what is up? X-EFFECTS! X-Bremen Champion YouTube ist heute wieder am Start. Und willkommen wieder zurück auf meinem neuen Video hier auf Roblox. Und Leute, ich bin hier auf Blade Boy gelandet. Und Leute, ich will euch was sagen. Ich bin Broke! Aber anyways, immerhin haben wir jetzt Face Bypass, Leute. Ich aktiviere es jetzt mal. Ist dieses Ability eigentlich gut? Oder ist es Crash? Wer weiß? Let's go, let's go, let's go. Okay, ich bin dran, okay. Easy. 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 Komm. Warum bewege ich mich so langsam? Ich bin der Ball, dass ich nicht schmerzen bin. Oh mein Gott. Oh, guck mal. Das Game hat richtig lang. Tchee! Was für, ich bin schlecht, Digga. Ich bin so gut auf Blade Boy. Okay. Bam. Oh mein Gott, Face Bypass! Wow! What? Alter, die Ability ist voll geil. Hast du das gerade gesehen? Ja, so wie Shadows. Bum! What the f***? Was hast du gemacht, das? Ich bin bei Frankreich im Juni. Frankreich? Ja. Ey, nimm mir Friends, for real. Ich doch. Check, du. Warum bin ich in Frankreich? Ich bin bei Frankreich, du meinst. Haha, what the heck? Das ist ein dick, ey. Bro. Ey, Sauberstehung ist ein Oji, Digga. Okay, easy. Ich liebe dich, da können wir sowas tippen. Ja. Boah, ich lagge. 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 Bam. Hä, what? What? How did I die? Oh mein Gott, wie viel Ping spiele ich? Ich denke, digga. 155. Warum ist mein Ping so hoch? Bam. Aber ich habe keine Ahnung, warum ich lagge. Face by Bass. Bam. 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 Easy. 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 You're so trash, Lemo. Take this. Oh mein Gott, easy. You're so trash, bro. Take this. Oh mein Gott, bro, what? Oh mein Gott, bro, what? Ernsthaft? Ich wollte gerade eben Face Bypass benutzen. Ich wollte gerade eben Face Bypass benutzen, digga. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst, digga. Oh mein Gott. Bro. Bro, bro, bro. Jetzt direkt. 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 13.14. Nascation. Oh mein Gott. Nicht dein Ernst. Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Digga. Ich konnte nichts machen. Ist doch schnell. Das war so schnell, digga. Okay, hier. Nimm. Nimm L. Nimm L. Ich hab keine Ahnung warum wir beide gegenseitig L geben und wo du gestorben bist und ich nicht. Leute, erstmal 10 Euro schön verschwinden. Okay, komm. Lass gleichchen. Gleich, gleich, gleich. What? Oh mein Gott. Erstmal. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bro. Na, bro. Na, 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 na. Du bist tot, man. Okay. 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 Okay, mein Freund. Ich bin dran. Bam. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Come on. Come on. What the fuck, man? No, I'm still alive. I'm still alive. Okay. Hey, Loft, äh, bei Chiara ist gerade tot wegen mir. Nice. Uh, du bist Lender von mir. Bad. Ja, ich lagge. Oh krass, das merkt man. Oh mein Gott, warum lag mein Telefon? Wie? Hmm! Aber tatsächlich, Sascha, ich kann nichts machen! I'm done! I'm done! I'm done! I'm so done! Oh nein... Ah das war so... Letztens habe ich ja schon ein Blade-Boy-Video gedreht, das war an Weihnachten, da hieß es Blade-Boy has a Christmas-Update. Falls ihr es noch nicht angeschaut habt, dann schaut ihn auf jeden Fall an, denn der Link ist natürlich in der Beschreibung. Oh mein Gott, bei mir? Okay. Okay. So, oh mein Gott, wie, wie habe ich bitte, wie habe ich bitte gemisskriegt? Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Oh mein Gott, 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 wie kannst du dich destroyen? Oh mein Gott, no way, no way. NOOOOO Are we just going to lose? Oh my god are we going to lose? What? Bro Ja das merke ich Oh my god ich lege NOOOOO NOOOOO I forgot to play We are losing We are so dead Oh my god Oh my god We are dead Oh we just won We just won Oh my god Easy win Easy win Oh he survived Oh my god I can't believe he survived that Yes okay Now I have eliminated Now he is dead Okay bam 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 Yo Yo I swear the ability is so cool bro Bam 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 Nooo How did you die Diga Der benutzt pull ernsthaft Okay warte Warte Bam Okay Bam Bam Oh my god Das war knapp Oh my god Yo Yo What is up X-Defense X-Gen Champion Video Bis heute wieder mal am Start Und willkommen wieder zurück Auf meinem neuen Video Hier auf Roblox Habe die Superkräfte von Superman Oder erhalte 10 Billion Dollar Okay easy Easy Ich nehm Geld Easy Money Easy Okay warte Ich schalte Shiftlock definitiv an Easy Digga Das sollte doch easy einfach sein Das ist doch Logik Jeder würde 10 Billion nehmen 10 Billion Like come on bro I'm rich So mal so richtig mit Schwertern kämpfen kann So richtig Body Slam geben kann Yo Auf einer raus springen Jump Scare Wahrscheinlich sogar noch RKO Und dann event Take out my gun Okay okay I'm chilling I'm joking No teammate No 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 My teammate died Oh my god okay Oh scheiße Oh my god Wir werden verlieren No 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 AHHHH WELL guys I got defeated You may defeat my body But you might not And never defeat my youtube experience HAHAHAHAHAAHHAHHAHHAHHAHHAHHAHHAHHAH And are you serious Oh my god that's lava Ah what the fuck Ahh Yiii Ok Ok This is Oh my god ich nehme natürlich supermodel natürlich ich bin zwar kein girl aber kein bock ich werde ich spiel als krank leibig also das ist das traurigste was ich je gesehen habe das zwei spiele sich wirklich entschieden hat 80 zu nehmen okay das macht diese eine spielerin da schon im ding wie ist sie da reingekommen oh okay jetzt geht's geht's kommen easy glitch glitch oh mein gott browser hacker vor ihr browser hacker vor ihr so gut das game oh mein gott nicht i am city topo g da mir da mir da mir oh mein gott nicht wir zerstören ist einfach mal minecraft 12.393 easy ich habe einen ausgarten und zwar weißt du warum ich habe einen oscar gewonnen indem ich bei topo g youtuber deswegen verdiene ich einfach schon billions of oscars okay ich bin rekongreisbar oh yeah haha oh mein gott easy nur einer keine familie genau was stundlich mit ihr erklär mir was stundlich mit ihr was stundlich mit ihr what's 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 how bro is legit der einzige und der rasiert uns allen oh okay okay this was awkward haha but we still win we still won what oh oh no i need to back up back up back up oh my god it didn't it didn't arsenal for life say less dude okay we have to überlebt oh okay and we just lost minecraft is og bro also ich schwöre wer jetzt sagt na bro minecraft ist so scheiße da sind nur blöcke und man kann da eh nichts machen also wer jetzt sagt er spielt niemals minecraft warum würdest sie niemals minecraft spielen wollen digga minecraft ist og okay you see you all oh i hate you oh ich glaub ich hab ein paintball gang easy 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 oh mein gott er macht damage taurus bist du 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 bist doof is to come her oh my god So, fix game! So, fix game! Fix game! Soll das euer... Ist das euer Ernst? Ist ich... glaube ich... Ich weiß es nicht. Egal, kill mir jetzt einfach mal diese ganzen Person. Yo, ich hab einfach jetzt schon ein halbes Leben! Ain't no way! Okay, die Bistur. Es sei in einem Sandsturm gefangen, oder sei in einem Schneesturm gefangen. Ihr könnt's meine Antwort. Ich mein... Leute, ich steh schon auf... Ich steh schon auf Winter. Ich mag schon Schnee. Because... It's Christmas and stuff. Merry Christmas! Yeah! I love Christmas! I love presents! Oh yeah! Und ich liebe es, wie es schneit. Also... Und ich mag Schnee. Und Schneeballschlachten und alles. Also nämlich Schneesturm. Ist... Laufen mit der doppelten Geschwindigkeit... ODER... Doppelsprung möglich. Oh shit, I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. Peace. No, 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 no! I'm done. Ich hab'n SMG? Okay. Say less, bro. Ich nehm' Sturmgewehr. Bro. Was ist... Wer braucht... So ein dämliche Armbrust, wenn man einfach ein geiles Sturmgewehr hat, mit dem man einfach zu dir nach Hause rushen kann und alles abschließen kann? Ha! Wait. What's that noise? Come here! mehr oh mein gott ich bin fast hier ich sehe nicht, oh 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 willst du mich verarschen? willst du mich verarschen? oh mein gott oh mein gott What is up ExiFans?! Extrem Champion Youtube ist heute wieder am Start und willkommen wieder zurück auf meinem neuen Video hier auf Roblox und Bro 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 Ich bin hier jetzt schon seit 8 Stunden in dieser Schule und ich hab keinen Bock hier ich hab grad ne Probe geschrieben und Leute ratet mal ich bin durchgefallen und guck mal mein Lehrer steht da und lacht mich aus weil ich durchgefallen bin ist so gemein zu mir ähm ich spiele um die 235 Ping ey wieso gehst nicht auf Private Server teil dann bist du in dein Region ich muss safe dann bezahlen es läuft jetzt schon gerade schlecht ich schläge vor allem irgendwie auch ein bisschen ich schläge vor allem irgendwie auch ein bisschen nein warte ich kann sehen ob du selbst warte ich hab verlassen tja Lehrer das passiert wenn man mir eine schlechte Note gibt ich hau ab ihr könnt gerne drüben die Polizei raus ich werde so schnell weglaufen wie es geht okay dann ab durch den Schacht und dann würde ich sagen gehen wir da ja es ist so easy dieses OBI ich schwöre warm warm und dann drüberspringen und dann how did I die ja ja perfekt und warte mein X-Boss ist schon wieder aus ja leute ich muss mir Batterie kaufen ansonsten entrennt sich trennt sich die Verbindung zu meinem X-Boss Controller auf meinem Handy und es nervt mich so richtig krass do you want to be my friend I'm alone I'm alone ja come Bacon NO HE DIED NO ok ah ok ich hab Karma bekommen jetzt ist sogar noch der die die ha geil ich hab keine Ahnung was der Bacon da macht aber der stirbt die ganze Zeit nur rum Junge let's go let's go let's go oh my god this is so nice I love school bro I love school aaaaaaah I hate school oh god we oh god ich will nicht sterben ich will nicht da für den Gast meines Lebens da mit Laser verschwunden ich hab nur noch 16 Robux ok wait 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 please please I don't want to die please I don't want to die please I don't want to die let's go I did it yes sir oh god wir sind in der Turnhalle gelandet ok Ich glaube ich muss mir das überlegen äh ich geb mir erstmal kurz ne Mülltonne damit ich kurz rein kotzen kann und dann hast du meine Antwort Ich renne weg, Digga! Seht ihr das? Lava! Joe, wie langst du? Das ist... Oh mein Gott! Green screen! Let's jump in! It may be... Lucky for me! Yay! Hey, wenn du jetzt auf mein iCloud kam... Wie glaub, Piccote zu 20, wirst du 60% gay! Wieso bin ich gay? Ja... Aber du bist so 60% laut Piccote. 60%? 65%? Ich bin... Bro, ich bin nie gay gewesen. Ich weiß, aber laut TikTok... Ich hab halt immer so cringe Fragen gekriegt, ob ich gay bin wegen meinem Roblox-Charakter, Digga. Das ist so traurig, Leute. Can you imagine that? No! Ja, ich will. Dann denk ich wirklich auf mein Frühwetter. Boah, Digga. Das ist so bodenlos von dir. Wirst du nicht dein knappen bisschen Grün? Na, sieht geil aus, Digga. Mit meinem krassen Drip-Outfit. Hier, bang. Und dann noch diese Lina, der umrisst. Oh mein Gott, Leute. Der Schieeeesh! Rockphone... Rockphone 8, yo! Das ist scheiße. Na, Digga. Ist geil. Das iPhone scheiße. Oh mein Gott, Alter, Alter, Alter. Hau dir, Leute, Hau dir, Hau dir, Hau dir, Hau dir, Hau dir. Ja, aber du bist in Gaming, Digga. Mit Kameras hat nichts. Digga, 8K. Willst du mich verarschen? ROG Phone 8 Pro hat 8K Qualität. Ja, okay. Nicht nur auf Kamera, sondern auch auf Gaming, Junge. Dagegen ist iPhone-Schmutz-Schmutz-Schmutz-Schmutz-Schmutz. Digga, und Google ist besser als Siri. Was machst du? Digga, Digga, sogar mal jetzt. Das ist besser. Okay. What? Digga, weißt du, was ich Siri gefragt habe? Ich habe Siri gesagt, ich bin verloren, kannst mich den Weg nach Hause finden. Und es hat sogar meinen Standort gefunden. Und hat wirklich den Weg nach Hause gebracht. Dann habe ich Google gefragt, es war OEZ. Und dann, es hat mich, es hat mich mit dem Standort gebracht. Aber nur den Straße, das heißt nach Hause. Wie dumm. Ja, Digga, Digga, Siri hat dein IP gehackt. Ich glaube, der Lehrer mag mich einfach nicht. Ich habe alle Aufgaben richtig beantwortet, aber ich kriege trotzdem einen Scheiß-Sex. Der Lehrer mag mich nicht. Ich schwöre, deswegen flüchte ich die Schule. Es ist mir egal, wenn er die Polizei macht. Er kann ruhig nach mir suchen. Aber ich schwöre, ich verlasse diese Schule und komme nie wieder mehr. Bestanden? Wie scheiß auf dieser Kalt-Schule, okay? Oh, guck mal die Schule an. Die ist zuwachs von einer Arsch. Oh mein Gott. Wah. 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 Warum ist die Schule so krass mit Lava-Büffel? Oh mein Gott. 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 Okay. Gut. Gut. Nächster Stage. Nächster Stage. Komm mal. Komm mal. Please. Warum lag ich? Wie viele Ping spiele ich? Gott, du bist mit Max-Grafik schon wieder. No. Warum spiele ich 10.000 Ping? Wir hatten Verbindung. Warum spiele ich 10.000 Ping? What? Warum spiele ich Max-Grafik eigentlich? Warum spiele ich Max-Grafik? Okay, okay, okay. Ich bin wieder drinnen, Leute. Ich bin wieder drin. Ich glaube, es lag einfach nur, weil ich zu hohe Grafik hatte. Du bist immer noch Max-Grafik. Nein, ich habe sie auf Tief gestellt. Warte, ich muss mich wieder verbinden. No. So. Jetzt bin ich endlich wieder zurück, Leute. Und schnell. Oh, Gott, echt schnell. Auf mir ist ganz schnell du- Oh. Digga, das hat mich so richtig viele Versuche gekostet, so weit zu kommen. Again. What? Oh mein Gott. Oh mein Gott. I just died again. I just died again. Oh, boom. We just beat it again. And bam. Oh, needs more heat. I hate school. I have to burn everything down. Even I have to burn my house down, so I can't go to school. Oh no. It's Monday again. I have to go to school. Nice. I really want to stay at home today, though. I know. I go tell my father I am sick. Der wird mich definitiv zu Hause lassen, Leute. Ich meine, there is no way, dass mein Vater mich zur Schule schickt, wenn ich so tue, als ob ich wirklich krank wäre. You have no choice, but to allow me to stay here. I'm a genius. See you guys. It's big brain time. Yo, what is up, Exifats? Exifat Champion YouTube ist heute wieder am Abendstart und willkommen wieder zurück auf meinem neuen Video hier auf Roblox. Yo, Leute. Wahrscheinlich habt ihr schon das Video gesehen. Ups, I failed my math test. Und ja, ich habe schon so viele, und ich meine auch wirklich, so viele YouTuber gesehen, die dieses Game gespielt haben. Angefangen Forever Nina, mit dabei gefolgt von FinkNoodles und dann sogar Mr. BooShot und ich glaube, Ex-Demon, glaube ich auch. Let's go to our father. Wir reden darüber nicht. Father, I'm feeling unwell. Purpose, it would be an erroneous decision to allow me to be a potential disease. Read out of school. May I suggest staying at home instead? Hmm, let me see. Okay. Hmm. 35, 36,5 Grad. You are okay. Okay, get ready for school. I'll be here if you need me. Dammit. I need to find a way to convince them. Oh, I know. If I turn the lights in my bedroom, my body temperature will go up and father will allow me to stay. What? Chocolate pad? Eat up chocolate? Oh, okay. I guess, uh... Ja, ich wollte fragen, wie viel Ping spiele ich eigentlich weil ich läge? In irgendein Grund nicht. Uh... Mein Ping, mein Ping, mein Ping. Spiel, ich bin 99 Ping. Oh, 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 oh. Das ist gutes Ping. Nice. Nice. Einmal Leben, wenn ich hier nicht. Okay, let's see how my temperature is. 40,2 Grad. Alter, das ist hohes Brieger. No problem here. You must go to school. Go change your clothes and your bathroom. Alright, father. I will. Yo. Editor Extreme Champion hier. Ähm, also, wie ich das ganze Video gerade bearbeite, ich hab jetzt gerade etwa so vieles geschnitten und ich bin gerade erst so weit gekommen. Könnt ihr auch sehen mit den ganzen Effekten und Untertitel und ganzen Sound, die ich reingeschnitten habe, ähm, was ich eigentlich ganz kurz sagen wollte, ist, ich habe mich gestruggelt, weil ich alle Fenster schließen musste und mir ist gerade erst aufgefallen, dass ich diese Fenster genau links vor mir übersehen habe. Manchmal traue ich meinen Augen nicht mehr. Bin ich kurzsichtig geworden oder was? Haha, zu viel vorm Zocken oder was? Father, I request another measurement of my temperature. Easy win. Jetzt wird er mich definitiv zu Hause lassen. Oh yeah. 46,7 Grad. Woo. Okay. Okay. You're fine. Leute, imagine, du hast 50 Grad Fieber und dein Vater sagt trotzdem, du sollst zur Schule gehen, like, like, dein Vater denkt, dass du das nixst. Damn. Hier ist die Hausaufgaben. Tschüss. Bro, guck mal ihn an, Digga, der denkt sich nur so, oh, oh mein Gott, so schwer, Digga. Schau mal, wie fett dieser Buch ist. Alles voller Hausaufgaben. Und da steht drauf, heutige Hausaufgaben. Ach du Scheiße. Okay, verbrennen. Boom. Easy. Easy. 67,7 Grad. Let's go. You're not sick. Oh mein Gott, ich spreche die Säge, diese Typen. Boom, 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 boom. I need more heat. Ah. Was? There is no way. Plus 100 Grad. Ain't no way brought nur ein Baum angefasst und einfach alle anderen Bäume sind in die Flamme angezündet worden. Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Damn. Das ist 197,7 Grad. That's nothing. What's? Godness gracious. Mighty Ignis is master of flames. IBC Steel. Hear my prayer. Ain't no way brought the morning a demon. Nah, bro. Nah, bro. Ain't no way. What's up? Look how it looks and look what he says. But just like, sup, yo. Yo, what's good? Oh nobly Ignis is. I implore thee to grace my humble with the heat of thousand suns. What? Bro, versteht's nicht. Ain't no way. Please fill my pool with lava. Okay, gotcha, bro. Okay. There is no way. Mein Pool ist es gerade einfach mit lava. Okay, bye. Okay. Oh, bro, ist gestorben. Ain't no way und es explodiert. Oh mein Gott. 825 Grad. 1022,7 Grad. Ain't no way. Mein Güttens. Das ist ein lot of fever. Ist das so, Vater? Yes. Jetzt kann ich endlich zu Hause bleiben. Wait, no. I misread that. You're fine, actually. Wenn du schläfst. Ich komme heute um drei Uhr nachts zu dir nach Hause und dann bist du in den nächsten fünf Sekunden sowas von gefickt. Bro, denkst dich nur so. Are you serious right now, bro? Huh? Do you want to convince your father that you have fever and must stay home but you've run out of ideas to increase the temperature of your house? Call us to hire a dragon and burn your house. Screw school and my house. Oh yeah. Wie heißt die Nummer? Muss ich eingeben. Und da fliegt er weg. Easy. Okay. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Graf jetzt bekommen haben wir, aber ja. We'll check. Hahaha. Let's go. 3022,7 Grad. Damn. That's nothing to worry about. Ernsthaft? Das ist gerade ein Stock runtergefallen. Willst du mich verarschen? All right. I did not want to do this. But you leave me no choice, father. Ah, da ist die wunderschöne Sonne. So, es kommt to this. Bro, wir hatten wirklich keine Bock auf Schule. You're forced to do this. You forced me to do this, father. Yay. Let's go. I won't. Go to. Und wir sind im Himmel. Let's go, guys. Wir haben Schule geschwinst. Easy. Easy. Cool. Wir haben gerade die ganze Erde gebrannt. Ich bin stolz auf mich. Father, what is my temperature? Ain't no way, bro, lebt noch. 8522,7 Grad. Yo. Oh, dear. You were right, along. You have a mild fever. Also, bro, du willst mir sagen, ich habe gerade unsere ganze Erde verbrannt. Und du sagst, ich habe nur ein leichtes Fieber. Du bist echt ein Schwanz, father. Wusstest du das? I guess you can stay home today. All right, father. Yes. 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 Keine Schule mehr. Good ending. Oh, dear. Yes, 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 yes. Ähm. Ähm. Fragezeichen. Haha. Well, at least you did not go to school. Alles up, ExiFans. ExiFans is today on the start. And welcome back to my new video here on Roblox. Und, bro, bro. Ihr könnt sehen, ich bin wieder hier zurück, auf Doors. You've been doing it. I hate this game so much. Actually, watch what, 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 what this shit. Well, I decided to come back. Because, you know, I can't even run. Ich bin gerade erst gejoint und, und Screech ist jetzt schon gekommen. Okay, Screech ist einfach explodiert. Okay, ich habe zehn Minuten Zeit, bevor Draco Blox es kommt oder so. Ist da irgendwas drin? Nö? Okay. Es ist jetzt... Oh mein Gott. Raunschau, raunschau, raunschau. Ich bin so dutsch. Ich habe schon ein halbes Leben verloren. Ist das nicht geil? Oh. Ich bin bei Tür 3 gestorben? Ayuk, 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 ayuk. Oh, ich habe gerade erst mit dem Game angefangen. Ich bin jetzt schon tot. Ich habe Angst, Leute. Oh, oh. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, Gott. Oh, ich bin gerade. Ayuk, ich will irgendwie. Was, ich wurde gepannt? Ich liebe es, wie die Screech da explodiert, ne? Ich habe, ich habe right now nichts gehört, bro. Did I just hear something? Oh, sch... Nein, 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 nein. I hate this game. I, I hate this game. I hate this game. You mother... Ass, what a... Ass, what a... GAH! Wheels on the bus, go! Wheels on the bus, go! Mike, quit this game. Ich hoffe, ihr habt mich abonniert und wenn nicht, dann... ...werd jetzt hier von Rush gekillt. Geh auf, geh auf, geh auf! 汐 changes in Transportation Geh auf, geh auf! HeH! GEH! Was?! Ich bin doch reingegangen! Everytime Rush comes... Arme, Leute, Arme, Leute. Oh, 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 oh. Geh, geh, geh auf, geh auf! Hau! Meile, Leute, du Schenke! Ich will meinen Xbox-Controller am liebsten schmeißen. Ich will meinen Xbox-Controller am liebsten so... ...so fett schmeißen. So fett, Digga. Was ist das für ein Retro-Game? Warum ist dieses Retro-Game nur so scheiße? Vor allem diese Schränke. Ich hasse Schränke. Ja? Ich merke mir das. Ich merke mir das. Ich komme zu dir. Ich kill dich. Ich kill deine Familie. Ich komme zu dir. Merk dir meine Mordhörer-Auge. Ich komme zu dir. Wait a minute. Wait! Huh? Ich bin noch im Schrank gegangen. Okay. You know what? Fuck this game. Hand rein. Digga. Du kannst ihn sehen. Doors. Komisches Game. Keine Ahnung. Hier kriegt ein Dislike. Oh mein Gott. Mach das Game. Ich schwöre. Ich hasse Doors über alles. Ernstlich. Bro. If you see this. You need your game. You need your game. Yo. Editor Extreme Champion YouTube. Before the video starts. I just wanted to tell you. That I finally decided. After a year. A new Pixel Gun 3D video. And to see. If I got worse in this video. And if I lost my skills. Or. Ob ich in diesem Video. Besser geworden bin. Als sonst. Hier. In diesem Video erfährt sie es. Bitte hab kein Skill Issue. Alright. Bye. God damn. After. So. Long. That I've played the game. I am finally back. Ihr habt das gesehen Leute. Ich bin wieder zurück auf den Pixel Gun. Yes sir. All right. All right. All right. What is up. ExiFans. ExiFans. ExiFans Champion YouTube. Ist heute wieder mal am Start. Und willkommen wieder zurück. Auf meinem neuen Video. Hier auf Pixel Gun 3D. So yeah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Wir haben schon glaube ich unseren ersten Kill. Wie sieht man eigentlich. Okay. Ich hab einen Doppelkill. Okay. Dann benutze ich meinen. Oh mein Gott. Ich hab mehrfach. Okay. Okay. So. Keine Ahnung wie das heißt. Eh. Weihnachts Schmetterlings Schwert. I don't know. Komm her. Komm her. Komm her. Waffe wechseln, Waffe wechseln Revanche Ah, Venus und Merkur Er hat diese Waffe auch Okay Perfekt Jetzt habe ich meinen Revanche gekriegt Boom Oh, wir führen sogar Oh mein Gott Wir führen Wo ist er, wo ist er Okay, steht 2 zu 7 Äh, boah Ernsthaft, ich werde schon nackt Was ist das für ein Okay, der lag Der lag Der lag Der spieler lag da Oh, ich habe ihn von hinten angegriffen Easy Ich will lag you Mein Internet ist so fucking bad Ich weiß nicht, was mit meinem Internet gerade los ist Ich habe meine Revanche gekriegt Easy Ich bewirb mich ganz kurz bei ForceFeed Bam Hey Spieler, ich komme zu Ich komme zu dir Ich komme zu dir Hahaha Easy Icy Ich ist erledigt Ein Gegner weniger Ich bin tot Ah, nein, nein, nein Easy Ich bin tot Aha Okay, ich muss der nächste Oh, ich werde sterben, Leute Ich werde sterben Okay, wo ist der nächste überhaupt Aha, ich werde sterben Ja, 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 nice, okay, okay. Herz plus, keine Ahnung, eine andere Hand. Oh mein Gott, ich war so lange nicht mehr auf Pegtegan online. Ah, nein, oh shit. How did I manage to kill him? Okay, I'm so good at this game, ha ha ha, I'm top OG. Yes, easy, easy. Heavy Revanche nehmen. Easy. Ich hab dich so gefniped, Digga, geh mal weg. Kannst du nicht. Mach da, mach da, mach da, mach da, mach da, mach da, mach da. Bro, ich fühlte so viel am Pegtegan gecootet oder so, ich weiß es nicht. Haben so viele Pegtegan gecootet? Guys, ich bin jetzt am überlegen. Was soll ich spielen? Eispalast? Oder soll ich auf Deadmatch gehen? Warum gibt es so wenige Maps auf Deadmatch, ist mir die Frage. Okay, Deadmatch spielen sehr wenige Spiele, okay. Lange Eroberung? Okay, da spielen sehr viele. Punkt Eroberung? Ich glaube, ich gehe auf Eispalast, I guess. Because, why not? Ey, da bist du, da bist du. Okay, da ist sie. Oh, die springen alle so gut. Oh mein Gott. Komm, du bist auch tot, du bist auch tot. Nein, erst mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich fick dich. Ich fick dich. Ich fick dich. Ich fick dich auf alles. Oh mein Gott. Na. Evo, ich wollte euch doch alle mal stecken, oder? Wie oft ich mich immer drehen muss, Junge. Nein. 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 Ich habe nur Skagit. Hör auf. Ich kann die nicht richtig gescheit killen. Oh mein Gott, Digga. Echt, echt, echt. Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Komm her. Komm her. Komm her. Sonderwashing 49. Sonderwashing 49. Jetzt halt. Boom. Vielleicht sind die da. Okay, der ist wieder zum Demon geworden. Bam. Nein. Nein. Ich kenne dich. Hat der... Oh, ich dachte... Oh, ich... Eine Sekunde dachte ich hätte Ultimatum. Aber nevermind. Okay, ich habe Ultrakill gekriegt. Ich glaube mein Handy lag. Easy. We are winning this shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Easy. Easy win. Easy. Easy. Oh, ho, ho, Exifax. Exifax. Exifax Champion, du bist heute wieder mal am Start. Und willkommen wieder zurück auf meinem neuen Video hier auf Roblox. Welches Team bist du? Wo? Ich bin Team 11. Gegenteil. Boah, du netz, so krass. Nope. Achso, das ist greedy. Okay. Boah, dein Zenthaar ist tot, ne? Weg da, weg da, weg da. okay okay mein elf ist wieder am regenerieren und dann benutze ich hier hielke nächste nur mein elf hat ein leben verloren omg robert hat die part in zeit ist unpasst ja wir haben gewonnen easy oh mein gott ja ich hab hobbylose pizza getötet hobbylos pizza wieso heißt der hobby los warum ich hab schon wieder hobbylose warum liegst du auf dem go? ach so du die notest groovy d bum 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 no way ich finde aber ja no way ich muss mal wieder auf dem go ich lag irgendwie wieso hab ich denn nicht getroffen noo der noooo oh god no way der beinass man ok i just realized ich hab so wenig akku na ich wurde getroffen ok das wars für mich ich lag ich lag ich lag oh ich lag ich lag ich lag ich lag ich lag dann einfach mal ganz gechillt steckt ne no way no way dass ich keine Hilfe habe ich habe bei mir jetzt gelegt yo let's go oh ich schreib mal kurz help wait help 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 ich brauche Hilfe aber safe kriege ich irgendeine scheiße da bin ich mir sicher aber wir ziehen jetzt einfach mal ziehen jetzt einfach mal gucken was wir kriegen ja ich bin schon sehr viel ziehen war ja klar also ich ich mach einfach hier greedy oh mein elf ist hinter mir no way no way no way hey mein elf ist gestorben mein selbter oh 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 Ich hab dich getötet. Boah, nie. Oh shit, stand off. Oh shit, stand off. No way! Ich hab dich getötet. Hä? Du gehst auch, ich hab keine T-T-T-T. Oh la la. Achso. Ich hab dich getötet. Oh, seriously. Oh, und unser elf ist tot. Perfekt. Wir haben verloren. Perfekt, we just lost, guys. We just lost the game. Well, guys. I guess this is ... What is up, xefans! Extreme Champion YouTube ist heute wieder mal am Start und willkommen wieder zurück auf meinem neuen Video, hier auf Roblox. warum spiele ich 300 ping erst recht wenn man das a und das o sagt like a und dann ich drehe schon wie du schon seit sieben minuten leute okay hier steht drauf pick up the trash okay gang we got it gang okay jetzt müssen wir wieder zurück okay clean the puddle ich dachte ich bin glitscht okay stop stop this mob jokes bro dunkel leute es ist winter und oh ich hasse es wenn die sonne so früh unterweht in deutschland echt jetzt what was that where did the big teddy bear go welcher teddy bear is back and why are there giant gifts oh mein gott there's some weirder shit going there i don't know why doesn't teddy oh my god oh my god oh my god oh my god okay okay oh wow oh ironing there is really man on author size excess detected what well east of center and the elves what the fuck Oh yo Santa! Please help us! We have been imprisoned! Oh na! Oh na! No! Don't worry Santa! We are getting you out of there! Na! Come out! Yo! Yo! Chill! Not so fast! Who is this? This is a alien! Go back to Mars! You won't save Santa! Nah! I'm out! God I'm out! I'm out! Oh shit! Is he hiding? Is he hiding? What's happening now? Hey! You can't hide from me! Yo! Fuck you! Ich geh wieder zurück zu deinem Mars! Woher du kommst oder was weiß ich! You decided to hide in Santa's workshop? Maybe it wasn't such a good idea? Yo! Bro! Oh my god! Na! Das ist ein anderes Game! Haha! Yo! Ich würde sagen, easy, warte! Nein! Ich geh nochmal! Da hin! Also! Easy, shit! Ich schicke das mal zu. Ah, und Blumengeist, Blumengeist. Ich möchte jetzt, dass es jetzt ist. Wollen wir jetzt alle? Äh, deswegen will ich ja nicht, dass du mit dir bist. Nein, ich meine so verschiedene Farben hier. Einmal Rot, einmal Gelb. Ja, ich meine so diese Kaputze weg. Also hier. Den hier nenne ich den Eisigen Rudolf. Ist das nicht geil? Was geil ist, ich könnte da noch die Farben ändern. Mal sehen. Ich mal, ich schau mal welche Farbe jetzt irgendwie gut passt zum Weihnachten. Ich meine, ich kann ja so auf eine einstellen, aber das mache ich so. Warte mal. Ja, das passt. Ja, das passt irgendwie gut. Das passt irgendwie gut zum Weihnachtsfarbe. Also ja. Ja. Easy, guys. Easy. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr mein Geburtstagsgeschenk findet. Ja, aber wenn das jetzt schon so lange dauern wird, dann wird das sehr lange bei mir. mit keinem Master. Weil mit dem Video editieren kosten. Oh, guys. Oh, guys. Help me. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Boop. Musik. Boop. Aufena extrem champion youtube ist heute wieder beim start und willkommen wieder zurück auf meinem neuen video hier auf roblox guys es ist 23 uhr 58 und ich drehe dieses video einfach keine ahnung warum ok ich kann nicht hinsetzen geil easy ich chille ich hab angst lass uns gehen wir wollen einfach nur zum wort holen und ich weine schon geil ok 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 es muss wieder weg nee bro nein danke nein danke ich will einmal nur leben ok jetzt wieder schlagen 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 und wir haben es jaaa und wir sind wieder im Zug leute easy choose which path to take and you will find your way to santa ok geil 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 ok ich hoffe das ist jetzt der richtige weg no way i die no way i die no das dumme ist ich habe keinen robux um mich zu respawnen aah ich bin das so doof wieso bin ich nur wieso bin ich so ein pussy in diesem story bruder wieso heul ich ich bin ein mann bruder ja jetzt muss ich ihn versuchen zu besiegen wenn ich würdig genug bin bin ich natürlich euren echt jetzt ok jetzt muss ich wieder raus kommen wieder die roten laser wie aus dem nichts come on come on come on den sieg habe ich so gut wie in der tasche easy los ah das dauert zu lange you have proven yourself to be worth it ah genau froh dass alle in sicherheit sind jetzt nach unten bam was how did i die unser Fun anfangen ster Rough höher roar geil yo es ist einfach der echte weinness man ho 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 danke das du mir angeschlossen ha engage yes sir leute werden einfach dem weinness man get Beach it's๋sey Auf einmal der böse meintens man kommt Look you have Der will doch nicht ernsthaft Weihnachten übernehmen. Hilfe, okay, ich muss ihn besiegen mit meinem Schwert. Keine Sorge, ich bin zu jeder Zeit bereit. Eins gegen eins. Nein, das kannst du nicht machen. Ja, don't trust evil Santa, Bruder. Na, nuh nuh. Warte mal, ich krieg so ein Bad Ending, Digga. Na, kann er knicken? Ui, wir vertrauen dir nicht. Leute, vertrau ich niemals, er ist nur Fake. Alles Fake. Glaubt mir, er ist nur ein Cosplay. Das ist der echte Weihnachtsmann, glaubt mir, Leute. You guys help save Christmas from that evil Santa. Bro, er steht direkt, legit, einfach hinter dir. Wieso steht er immer noch hinter ihm, Bruder? May you all have a merry Christmas. That's it, I beat the Norco story. Ich hab das gute Ende bekommen. Nice, guys. Ho, 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 exy-fans. Extreme Champion YouTube. Ist heute wieder mal am Start. Und willkommen wieder zurück auf meinem neuen Video. Hier auf Roblox. By the way, deswegen war ich schon Thema München erwähne. Schaut auf jeden Fall meinen Blog an. Denn ich habe deswegen darüber auch einen Blog gedreht über den ganzen Schnee. Und bam, x. Das ist dieses Kirk-X. What the heck? Na? Jetzt, bevor wir ins Bett gehen, lass uns mich und Kekse für den Weihnachtsmann aufstellen. Yay! Ich feiere dieses Game. Perfekt, jetzt lassen sie sich... Oh, scheit, ich habe nur noch eine Minute. Okay, ich muss ins Bett gehen. Okay. Yo, ich gehe ins Bett. Boah, halt, halt, halt. Boah, halt, 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 halt. Also, mehr. Das geht wirklich gar nicht. Gute Nacht. Süße Träume. Es war, oh mein Gott. Yo, das ist der Weihnachtsmann. No! Er ist gekriegt. No way. Oh mein Gott, wo sind die Geschenke? Leute. Wo, 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 wo. Ist es hier? Oh, 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 wir müssen da dann. Okay, ich gehe mal in diese Richtung. Oh mein Gott, Hilfe. Please, I don't want to... I don't want to fail. Äh. Oh Gott. I don't think I'm going to make it. So much presents. Let's go. Oh, oh nee, Bruder. Ich spiele einfach über 100 Bing, guys. Damn. Ich bin hier die Seite so geschenkt. Äh, oh, hier ist das Lippen. Dolph! Oh mein Gott. Leute, hilf mir. Wo ist der Weihnachtsmann? Er ist schon seit ewig weg. Ah, 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 ah. Äh, ja, was das betrifft. Er hatte einen unglücklichen Unfall und er hat uns geschenkt, um Weihnachten zu retten. Wo ist das jetzt da rüber? Oder kann ich einfach warten, bis die anderen gekommen sind? Ah, shit, jetzt müssen wir Baumstämme finden. Okay. Ähm, also ich kann über den Eis gehen. Ja, okay, gut, gut. Okay, hier sind schon mal Baumstämme. Perfekt. Ah, Nummer 1. Oh. Dann, äh, hier. Nummer 4. Okay. Okay, yo, das ging schnell. Das ist einfach so geil. Äh, ja. Okay, äh, okay. Ähm. Jetzt müssen wir zum blauen Haus. Okay. Müssen wahrscheinlich über die Röhre hochklettern. Und dann wie der echte Weihnachtsmann ins Kamin rein. Man darf ihn nicht berühren. Damn. Okay. Kurzer Gift. The Kids Room. Keine Sorge, daran kümmere ich mich. Au. Au. Okay, das hat weh getan. Ich habe Damage gekriegt. Au. Au. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach. Oh mein Gott. Bro, die, wie, wie, Digga, sie spielt auf NPC-Modus. Yo. Okay, das ist geil. Das ist geil. I'm loving this right now. Oh nee, wieso lagge ich? Oh Gott, warte, 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 warte. Läge ich. Gut. Ja, ich hoffe mal. Ach, mach dir keine Sorgen. Wir haben, der Weihnachtsmann geht's gut. Wir haben unseren Elfen, Elfärzte geschickt, um ihn zu helfen. Ja, ich lege nicht mehr. Wir chillen. We are chillen, guys. Yo. Okay, wir haben jetzt die Hälfte. Perfekt. Continue, 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 saving Christmas. Oh mein Gott, what did I do? What did I do? What the fuck did I just do? Oh nein, 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 nein. Oh Gott, ich dachte schon. Damn, ich dachte schon. Das sieht schön aus. Bro, this is satisfying. Leute, wir retten einfach Weihnachten. Ist das euch klar? This is satisfying. Oh mein Gott, I love this. I love Christmas. Dafür land ich diesmal nicht in die Nautilist. Yay. Okay, let's go back home quickly before the sun rises. Okay, perfekt. Wir sind einfach fertig, Leute. Easy, easy chilling. I'm chilling right now. This is, this is fun. This is fun. Yay. Wir gehen einfach wieder nach Hause. Ich freue mich. Oh, ich sehe wieder unser Dorf. Geil. Oh shit, die Sonne geht auf, oder? Nein, warte, da muss... What? Bro. Jo, es ist einfach schon da. Okay, 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 okay. Bro. Digga. Hat einfach Zeitbeschleunigung angewendet. Yo. Oh, oh, oh. Jetzt kriege ich... Also, XSX-10 got the stocking first. They will get the golden present. Oh, ich hab einfach den goldenen geschenkt gekrekt. Yo. Yo, I got the golden present. Yo. Danke, Weihnachtsman. Let's go. Oh my God. So, yeah. This is the frosty night, I guess. Ho, 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 exy-fans. Extrem Jambi-YouTube ist heute wieder mal am Start. Und willkommen wieder zurück auf meinem neuen Video. Hier bei Frosty Nights. Ich bin so froh, dass endlich Dezember ist, Leute. Und ich hoffe, es wird bald in Deutschland schneiden. Also, ich hab in den Nachrichten noch mein Handy ganz hier gelesen. Es soll bald schneiden in Deutschland. Ich hoffe mal, dass es wahr ist. Nein. Ich kenn doch... Ich kenn den Song, aber... Ich weiß den Namen nicht mehr. Oh mein Gott. Oh, da ist ein Rientier. Geil. Nice. Oh Gott. Oder? Ja, ich hätte das lassen. Ich denke, es hat angefangen. Ich denke, es hat angefangen. So, yeah. Es ist nur nur 10 morgens. Also, ich meine Nacht. Sorry. Ähm. Ähm. Was mache ich da? Was mache ich da? Warum lagst du bei mir? Ähm. Ähm. Leute, Hilfe. Was mache ich da überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Äh. Bei mir lagts irgendwie. Bro. Warum lagts bei mir? Weihnachtsmäßig. Und die Animatronics sind Schneemänner. Ja. Und ich bin in meinem Zimmer. Und nicht in ein Five Nights in Freddy's Base. Wo all die ganzen Nachtwächter von den ganzen Animatronics ermordet wurden. Spam. Oh mein Gott. Did I just die? No. Oh. Oh. Okay. Kann ich die Tür zum? Oh mein Gott. Ich kann die Tür zumachen. Yo. Okay. Der Fenster geht da auf. Es ist einfach legit wie Five Nights in Freddy's, Digga. Was war das? Bro, I Loki don't know what to do anymore. Oh, real shit. I Loki don't know what to do anymore. Oh, nee. Das hätte mir gerade einen Schock gegeben. Okay. Digga. Ich sehe dich. 26. Oh mein Gott. Ich überlebe es. Guys, I'm making it. Oh my goodness. Okay. Schauen, dass niemand da ist. Bro, guys. I'm actually making it. This is nice. I'm chilling. Ich hab das Gefühl, der Himmel wird irgendwie heller. Ja? Oh. Oh mein Gott. Das hat mich erschreckt. Yeah. Das hat mich erschreckt. Okay. Okay, es ist morgens. Finally. So. Okay. Ich glaube, ich höre auf zu... Ey, ich höre auf zu... Aufzunehmen, weil es dauert schon zu lange. Oh. Das ist ein Schnelles. Ho, 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 ho. XC Fans. Extrem Champion YouTube ist heute wieder mal am Start. Und willkommen wieder zurück auf meinem neuen Video. Hier auf Roblox. Sieht irgendwie zerbuckt aus. Oh, what? Oh, zwei Nächte bis Weihnachten. Ich wollte mich für die 1300 Abonnenten bedanken, die wir bekommen haben. Like, oh mein Gott. This is crazy. Okay, äh, wo sind die anderen Spieler? Oh. Was machen die denn da? Leg dich mal. Geh mal weg. Oh. Als ob der Mülltonne wurde noch nicht mal weggeschmissen. Willst du mich verarschen? Ich habe nur so 100 Ping gespielt. Warum lagge ich? Am I stuck? Oh. Okay, back to the video. Okay, muss ich als nächstes machen. Okay, jetzt müssen wir einen Schneemann bauen. Ich schaue mal in die Küche nach. So, let's go. Wir brauchen hier eine Karotte. Ja, ich schaue mal auf den Boden, damit ich nicht so krass lagge, weil es nervt richtig. Ähm. Hä? Wo ist der Spieler hin? Oh. He left you. Jetzt bin ich der Einzige. Nein. Nein. Let's finish up tomorrow. Okay, perfekt. Ich gehe einfach ins Bett schlafen. Yo, heiligabend. Geil. I love cookies. Oh, nein. Oh. Nein. What the fuck? Is der Schneemann? Wo ist der Schneemann? Wo? Ey, yo. Ey, yo. What happened to our Schneemann? What is that sound? Wo kommt das? Wo kommt das? Wow. Hä? He's back. Ey, yo. Frosty Knight mit der Folge, die Schneemänner sind böse Leute. Das erinnert mich richtig krass daran. Das ist sehr geil. Ich schwöre, I love this game. Bam. We did it, we did it. Yo. Leute, wir haben einfach den Weihnachtsmann besiegt. That was scary. Ich schwöre, mein Herz hat gerast. No cap, guys. No cap. For real shit. Let's head home and celebrate Christmas. Oh, ja. Ist das jetzt Weihnachten? Geil. Also. Yo. Easy. Safe Christmas ending. Wii U defeated the evil Snowman and safe Christmas. Oh, mein Gott. Wie geil ist das denn? Leipopat. God. Wie geil ist das denn? Ja. Yo. Ho, ho, ho. X-Defense. 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 Willkommen wieder zurück. Auf meinem neuen Video. Hier auf Roblox. Ich beweichere schon meine Map, als ich mein... äh, mein Drei-Jahre-Special gepostet habe. Ich lege. Also die Leute lege. We have already won. Let's have a Snowball fight. Jedes Mal bei allen Christmas-Stories, die ich bis jetzt gespielt habe, war immer nur Schnee bei Schlachtfragen. Schwere. Äh, hier, da, Schritt 1. Grefe ein Werkzeug, das sich in dem Schnee befindet. Schritt 2. Finde ein Zuckerrohr oder ein paar Lichter und halte eh, um sie zu platzieren. Okay, gut, gut. Ähm, dann nehme ich wahrscheinlich mal hier. Und, äh, keine Ahnung, wo ich sie platzieren muss. Ah ja, okay. Dann. Oh, muss sie getritt halten. Okay. Wir haben einfach noch 66 Sekunden Zeitung. Ähm. Äh. Äh. Äh, ja. Ach so, ich bin es, ja. Great, now place them by the fireplace. Ach so, ach so, ach so. Chillig, chillig, chillig. Schön wackelt es sogar. Äh. Okay, ich glaube, wir müssen nach draußen, I guess. Äh. Oh, wir können nicht mal nach draußen gehen. Oh. Okay. Okay. Express. Ja, bei meinem letzten Video, da habe ich den Weihnachtsmarkt getroffen. Und den bösen Weihnachtsmarkt sogar. Schaut ihn euch an, wenn ihr es noch nicht angeguckt habt. Äh. Okay, I guess I can't. We never let it cool. Oh, okay. Ja, man merkt, die feiern hier richtig. Ach. Ladies and gentlemen. Äh. We have reached our destination. Okay, Endstation, Leute. Nordpol, wir sind da. Äh. Wow, 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 wow. Uch, ey. Nein. Stirb, stirb, stirb. Okay. Wow, okay, das ging schnell. Dann helfe ich mal schnell mal die anderen. Wow. Wow. Mit meinen Fighting Skills. Ähm. Ah. Bro, hat er einfach einen Jutsu angewendet? Bro, schau mal die. So. Oh. Oh, oh, oh. Schnell, 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 schnell. Hauen, 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 hauen. Okay. Ah, ah, ah. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Tot, 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 tot. Ah. No. Oh, he's dead. He dead. Dude, that was a close one. Yeah. I guess I'm dead. I'm dead. Hey, disconnect, dad. He just left. He just left. Now I'm really all alone. Schnell wieder zurück, schnell wieder zurück. Weiter machen. Weiter machen. Weiter machen. Ich spame jetzt gerade richtig. Ich spame jetzt. Ich spame. Danke, Weihnachtsmann. Das brauche ich gerade wirklich. Okay. So weit, so gut, würde ich sagen. Warum bin ich nicht der Einzige? Ich hätte wirklich Zwerberei. Ich hab mich drauf gefasst. Es ist jetzt 17.04 Uhr, Leute. Gott. Grab Pregnungen aus der Branche und pute sie unter die Tür. Ich schwöre, wenn ich werbe, dann war's das. Die Zeit kommt ab zu. We don't have much time. Aber wirklich. Oh Gott. Ich bin nicht vorbereitet für das. Ich bin nicht vorbereitet. Noch mehr Lasers. Ja. Okay, perfekt. Perfekt, perfekt. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Okay. 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 Ich muss ernsthaft so vorsichtig sein. Ich will nicht sterben. Nix als hin, extrem. Hoffe ich. Jedenfalls. Oh mein Gott. Das war echt knapp. Ich lege gerade so richtig. Ich lege gerade so richtig. You guys save Christmas. Oh mein Gott. Holy Mother Christ. I have a special gift for one person. Bei mir lex. Ich sehe das Killer5Pro10. I would like you to have this. Oh. Wow. Thank you, Santa. Guys, bei mir ist der Game geglitcht. Aber ja, I guess ich habe das Spiel fertig. You guys have to go home before your modify is out. Let's go. Wir lassen noch weiter. Wir lassen noch weiter. Das ist es. Yo. Yo, yo, yo. Is this Viper's and Freddy's? Ho, 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 ho. Ho, 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 hexi fans. Extreme Champion YouTube Studio. Weg am Start. Und willkommen wieder zurück auf meinem neuen Video. Also Vlog. Heute gehen wir mal nach draußen. Nach dem Nachnamen ein richtig fetter Schnee-Gaschlacht. Also, ja, ich bin jetzt gerade von Mika-Portz, also here you are going. Hat der gerade Pforz gesagt? Ich glaube, der hat gerade Pforz gesagt. Okay. Okay. Ich geh jetzt einfach mal ein bisschen weiter durch. Mach die Haltesteuer-Ansage ab, Junge. Mal sehen, easy, komm. Übertreib! Übertreib! Okay, warte, ich mach mal auch mal kurz kurz. Aber nichts zu machen. What the fuck am I doing? Jetzt aim ich. Schlag doch einfach kurz dagegen. Digga. So stupid. So stupid, Digga. Aber warte, ich hau mal kurz dagegen. Was die Unfallversicherungshilfe entfernt hat. Ja, und hier sind noch weiterhin noch richtig krass viel Schnee. Leute, komm, hier ist tiefer. Lass mal reingehen. Oh Gott. Hier geht man einfach bis zum Knie. Hier geht man einfach bis zum Knie rein. Okay, geil. Hilfe. Okay. Nee, meine Hand friert. Das einzige, was friert, ist meine rechte Hand. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Leute. Er ist gestorben wegen Schnee. Wir müssen ihn begraben. Tja, das war's dann wohl. Oh, er ist wieder zum Leben erwach. Der kommt nicht mehr raus. Da kommt nicht mehr raus. Ja, geht jetzt schon auf TryHard. Es geht noch raus. Ich spüre mein rechtes Hand nicht mehr. Okay. Und wer denkt, der hat sein Gehirnzell wegen Schnee verloren, sagt auch ich. Ich. Okay, dann sind wir uns alle heilig. Perfekt. Ich hab jetzt das in meine Handschuhe zu ziehen, weil... ...meine... ...meine... ...meine Rechte Hand ist jetzt komplett zugefroren. Ich sehe jetzt... ...und wir sehen schon... ...vorall sehr viel Schnee. Also... Ja, ich hoffe, mein Telefon geht nicht kaputt. Später muss ich ja wieder zur U-Bahn. Und...ja... ...komplette Straßen sind uns schon zugeschneit. Es ist so viel Schnee. Easy Wind, Guys. Okay. Machen wir mal. Wieso drehe ich ein Video, obwohl es schneit? Ja, ich krieg meine Schuhe nicht offen. Ich mein... Ah... 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 Es ist alles dekoriert. Habt ihr schon gesehen. Das war's vorher mit meinem Blog. Ich hoffe es euch gefallen. Gibt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Auge dazu. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ich als wenigstens machen soll. Und aktiviert die Blocke. Und ja, als nächstes kommt mein Nordpul-Story auf meinem Kanal. Also schaut ihn auf jeden Fall euch an. Also... Ich sage dann hiermit... Ah... Extreme Champion YouTube ist auch... Gieß all EXIFANS. Bye-bye. Und... Und Dezember. M-Boss. Spooky. Spooky. Spooky... Spooky. Spooky Hand. Yo, what is up EXIFANS?! Xcreem Champion YouTube ist heute wieder mal am Start. Und willkommen wieder zu meinem neuen Video hier auf Roblox. Oh mein Gott, Leute, ich muss mich komplett bei euch entschuldigen, dass ich seit über einem Monat nichts mehr hochgeladen habe. Und es haben nur weniger als 20% meinen Kanal abonniert. Like, Leute, warum? Warum tut ihr nur sowas? Ihr müsst meinen Kanal sofort wieder abonnieren. Jetzt sofort, okay? Und endlich mal den HelloBeast-Mode geholt, Leute. Like, guck mal, wie krass das ist. Ich baue jetzt mal ein bisschen, you know, Waffen und so ein. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal los und erkunden mal ein bisschen Ninja-Dekon, denn heute ist ja, weil der Halloween-Update ist ja schon rausgekommen, könnt ihr hier schon Kürbisse sehen und so alles, ne? Was haben wir da? Wow, ein Grab, Digga. Was einfach ein... Ah, Leute, Bro, was ist das hier? Und deswegen... Äh, nö, warte. Ich hoffe, das ist einfach mal ein Charakter, gell? Wir müssen sterben. By the way, guys, wir sind ja im 17. Staffel von meinem Kanal, was ich ganz geil finde. Ich und uns fehlen noch 40 Abonnenten, dann haben wir 1200 Abonnenten. Das ist sehr krass von euch. Ich bin euch ernsthaft dankbar, Leute, für die krasse Unterstützung, die wir haben und so, you know? Otsuzuki-Clan auch. Oh, hier, wir regieren die Welt. Ja, ich hab zu wenig, okay. Weiter, okay. Ich lagge. Oh mein Gott, ich kann's nicht glauben. Ich lagge komplett. Was ich auf jeden Fall mache, ist, geh zuerst Trick or Treat holen, gell? Weil ich hab ja nicht genügend von Geld, um mir noch eine weitere zu besorgen. Aber das ändert sich noch, gell? Das ändert sich noch, Leute. Okay, warte. Esse. Und wenn du sie isst, dann kriegst du mehr Geld. Und dann nochmal, wenn man nochmal drauf steht, und dann, wenn man, wenn ein Treat drauf steht, dann kriegt man Schaden, den man da oben sehen kann, gell? Nächster heißt Kürbisjack. Was tut der eigentlich, ne? Ich würde mal sagen, wir gehen wieder zurück zum Anfang und dann klären wir das Ganze. Was tut der? Es ist so wie, okay, es ist so wie das Jutsu des vertrauten Geistes, aber halt, you know, Halloween-mäßig. Hier, nimm Süßigkeit und iss ihn. Nimm, 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 nimm. Ah, okay, okay, okay. Ich benutze nochmal hier die zu des vertrauten Geistes Ramp. No, bro. Look at his skills, bro. Wir sind die Hello Beast Mode Gang. Guck uns an. Hello Beast Mode für alle. By the way, guys, wenn euch bis jetzt das Video gefallen, dann gebt auf jeden Fall einen Like und noch einen Abo dazu, denn das würde mich sehr krass freuen. Und yeah. Hm, wait. Yeah. Ja, denn unser Like Ziel ist 20 Likes, also abonniert auf jeden Fall und gebt auf jeden Fall noch einen Like dazu und aktiviert die Glocke. Joint auf jeden Fall auch in meinen Discord-Server, denn wir wollen jetzt 200 Mitglieder knacken. Hahaha. Und wenn ihr noch noch Bock... Hey. Mein OG Gang. OG. Man. Wo ist er? Ah ja, hier ist er. Okay, ähm. Ich verfolge ihn mal. Äh. Wo ist er? Ich hab ihn verloren. Leute. I lost him. Ah, da ist er, da ist er. Hey, hey. I'm here. I'm here. Hello. Okay, mal sehen. Wir testen meine Toilettenbilder an ihm. Äh. Hier. Bruh. Da. Okay, was? Ja, need to aim on me. I know, bro. I know, bro. Ich arbeite noch daran, okay? Bam. Yay. Bam. Okay. Und dafür kriegst du jetzt Jutsu des Halloween-vertrauten Geistes. Haha. Oh yeah, bro. Was ist los, man? Wieso finde ich plötzlich keinen animierten NPC right now? Alter, das ist krass. Das ist übel. Normalerweise stehen hier sonst immer animierte NPCs herum. Warum, warum jetzt plötzlich auf einmal gar keine Warm? Okay, das hier. Wow. Bläh. 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 Ich baue einfach gerade alles auf. Ist das euch klar? Gebt auf jeden Fall einen Like noch dazu und abonniert auf jeden Fall meinen Kanal und schreibt in den Kommentaren, was ich als nächstes machen soll. Und damit sehen wir uns eigentlich hier das nächste Mal wieder hier. Ich schlöse ein bisschen noch mit KXT Darklobe und damit sehen wir uns eigentlich das nächste Mal hier wieder. Extrem Champion YouTube ist out. Peace out, XDFans. Bye, bye. Spooky. Uh, spooky. Uh, 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 uh. Yo, what is up, XDFans? Extrem Champion YouTube ist heute wieder mal am Start und willkommen wieder zurück zu meinem neuen Video hier auf ProVlogs. 14,190. Okay, das kriege ich schon hin. Ich kriege das hin, ne? Ja, auf jeden Fall. Warm, 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 warm. Spinnenweben. Hilfe, sogar noch eine Spinne. Der plant mich um 3 Uhr nachts zu killen. Ah! Ich schätze mal, ich muss mal wieder in den Häusern da zurück, ne? Okay, dann tue ich das mal auf jeden Fall. Hier. Dann? Väter. Wow, okay. Der Haus schaut gerade nicht so freundlich. Ähm, ähm. Ich will wieder zurück. Ich will wieder zurück. Nein! Ah! Ja, immerhin habe ich ja noch meine Süßigkeiten, die fressen kann. Warm. Uh, eklig. Schleim. Gar nicht gut. Ah, hü! Ich meine, es ist ja nur Schleim, okay? Schleim kann Menschen nicht verletzen, auf was er in der Weise ist. Oder? Ähm, ja, jetzt bin ich unsicher. Uh. Es ist eine echte Hexe. Fahrer, wie es möglich ist. Wow. Da steht eine Hexe und sagt, Hallo Kinder. Willst du von mir und von meinen leckeren Hexen drei gefressen werden? Hahaha. Nö. Ich habe hier meine Halloween Miracle Süßigkeiten. Bam. Top OG. Wir im großen Raum. Was ist das für ein Deutsch, Bro? Oh, ein Video von letztes Jahr, als ich gepostet habe mit Entkomme, Mr. Spooks. Bruselhaus hieß diese Folge, ne? Geil. Wenn euch bis jetzt das Video gefällt, dann gebt auf jeden Fall einen Like und einen Abo noch dazu. Schreibt auf jeden Fall auch in den Kommentare und aktiviert auf jeden Fall definitiv die Glocke. Denn wir brauchen euch, Leute. Denn uns fehlen immer noch 40 Abonnenten, bis wir endlich 1200 geknackt haben. Das ist sehr geil. Leute. Das wird mein Ende sein, wenn ich hier nicht rauskomme. Echt jetzt. Das ist mein Sarg. Komm bitte zu meiner Beerdigung, wenn ich es leider nicht hier raus schaffe, okay? Ach. Ähm. Okay. Da war irgendein verstörendes Jumpscare. Weiß. Himmel. Ach. Leute. Der Typ, der will mir weismachen, dass ich die Stämme nicht berühren darf, nur weil sie tödlich sind. Also echt, Leute. Ich beweise euch, dass das hier ein Cap ist. Sieh zu und lerne, Leute. Überlebenstraining Teil 1 Überlebe von einem Stamm. Ich zeige es euch. Oh no. Okay, guys. Ich habe meine Meinung überlebens. Bitte folgt nicht meine Überlebens-Trainings anweisen, denn ich habe absolut gar keine Ahnung mit einem sehr unerfahren. Okay? Ja, und dieser Typ da mit dem Kürbis an seinen Kopf und der mit seinem Augen hier die ganze Zeit rumlinselt ist irgendwie ein bisschen creepy meiner Meinung nach. Hilfe, Leute. Ich will wieder zurück ins Mäß. Ich glaube, ich werde doch wieder verrecken gehen. und sterben. Ich lasse mich alleine bei. Wo bin ich gelandet? Bitte sei meine Freude und ich schwöre dir, wir können zusammenleben, ewig leben und dann verrecken wir hier in diesen, ja, können wir davon in diesem Mäß davon verrecken, wo ich, wo ich vorhin schon einen Plan hatte. You know, we got this. Girl Power oder wie auch immer man das sagt. YouTube Power. Yay. Power of YouTube. Power of Leg. Power of Girls. Let's go. kombiniert, keine Ahnung, kombiniert ist auf jeden Fall Schmerzen, wahre Schmerz. Ich bin doch so ein kleines, verwöhntes Kind. Ich will no Halloween essen. Nein. Nein, bitte. Bitte lasst mich allein. Nicht. Er ist gekommen um mein Lieb zu beenden. Yay. Aber warum ist der Fanster wieder? You know what? Ich hab's mir anders überlegt. Ich geh einfach lieber. Wah! Weißer Lichter. Roten Augen muss ich achtsam sein, Leute. Ah, ansonsten, ansonsten, wenn ich schlafe, und ein und nacht erkennen möchte. Ja, passt auf, Leute. Okay. Peace out, Exi-Fans. Bye-bye. Spooky. Woo. Spooky. Woo. Spooky Hunt. Yo. What's up, Exi-Fans? Extrem schermit, wie du bist heute wieder am Start und willkommen wieder zurück auf meinem neuen Video hier auf Roblox. Ihr könnt sehen, ich bin hier im Halloween-Bild gelandet. Nope. Nichts für dich. Alles meins. Yay. Thank you. Okay. Hier sind meine auf jeden Fall. Bam. Na. Was mach ich da? Da, da, da. Bam. Bam. Nee, egal. Ich kann schlecht aimen, Leute. Wirklich. Bam. Bam. Ich hab 25 von 25 Süßigkeiten. Was soll ich damit machen? Ah. Äh. Ähm. Ah, okay. Aha. Ich kapiere. Okay. Happy Halloween. Weein. Bam. Danke. Sie können jetzt in Frieden ruhen. Oh, geil. Yes. Let's go. Na, keine Ahnung, wo... Ihre Federmausmutter ist. Oh, Gott. Geil. Was? Ach, nee. By the way, wenn euch das Video gefällt, dann gebt auf jeden Fall einen Like und einen Abonnenten dazu, denn das würde mich auf jeden Fall freuen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare rein, was ich als nächstes machen muss oder würde. Das würde mich sehr krass interessieren. Nichts denn. Tut mir leid, Betty. Ich muss dich enttäuschen. Okay. Gut. Wo fange ich mit Pyre bis an? Hier vielleicht? Yes. Yes. Easy. Okay. Wenigstens kann ich das erledigen. Okay, ne? Da war sie. Yes. Mama, da bist du. Oh, mein Gott. Sohn. Ich war so besor... Sohn? Mama. Mama, ich bleibe jetzt bei XSL Cap 5 Pro 10 für eine Weile. Ich möchte ihnen auf seiner Reise folgen. Bro. So. Verwirrter Betty. Ich habe gedacht, es wäre ihre Tochter. Es war einfach ihr Sohn, Bro. Ich dachte, es war ihr Tochter. Nein, nein, nein. Ich dachte, es war ihr Tochter. Geil. Ja, tut mir leid, dass ich meistens in R6 spiele, aber ich dachte, so könnte es sie vielleicht besser sehen, ne? Ne? Ich meine, würde ja nicht schaden, ne? Okay. Jetzt wäre nur noch ein Problem. Wo bin ich? Ich, ich, ich. Yes, ich habe ihn gefunden. Nice. Bam. Yay. Wundervoll. Die Nachbarschaft sieht hell aus. Spurkix ist Elkina 5 Pro 10 und ein Golden Halloween. Ja, danke. Ich schreibe es mal einfach in dieser Gegend vorbei. Wenn ich es nicht finde, dann lasse ich es. Oh, da ist es. Teil. Okay. Gut. Endlich. Da habe ich dich. Ich brauche dich nämlich. Mhm. Okay. Also das ist das Einfachste, das ist jetzt. Wir nehmen ihn, ne? Hier. Elf. Okay. Hier wären dann zwölf. Dann sind es 13. 14. Hm. Muss. Ja. Ding ins Kieren. Ich kann nicht klicken. Hilfe. Warum kann ich nicht klicken? Ich kann nicht klicken. wo ich irgendwas finden kann, ne? Weil Geis. Ich schwöre, Mann, das geht gar nicht. Nö, 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 nö. Oder auf der andere Seite. Ich weiß nicht, Geis. Ich bin dumm. Das habe ich mal angetan, extrem. Warum tust du dir das nur an? Wo kann man denn am besten die roten Besen jetzt nennen? Ich kann nicht alles irgendwas sein. Alles in dem liegt. Oh Gott. Hoffnung, dass ich die rote Besen irgendwo finde. Oh nee, das ist, das ist, das ist, das ist hoffnungslos. Mann, ich finde sie niemals. Schwierig. Wie, 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 wie ist das eigentlich? Oh, leuchtender Turtenhahn. Okay. Krass. Ja, ha, ha, ha. Schwierig gemacht, Leute. Naja. Das war's, Leute, bei dem Video. So, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's, bei dem Video auch. Und ich leider nicht alle Quests erledigen konnte. Und weil einige sehr schwer aufzufinden waren. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und gebt auf jeden Fall einen Like und noch ein Abo dazu. Wenn ihr, äh, wahrscheinlich das zweite Teil sehen wollt, wie ich dieses Game spiele. Und wahrscheinlich vielleicht, wenn ich Glück habe, mehr von den Quests erledigen kann. Und ich auch wirklich welche finde, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und gebt auf jeden Fall einen Like. Und ich sehe euch damit eigentlich... Oh, geil. Ich habe noch eine Katze gefunden. Sehr nice. Die nehme ich jetzt mit. Und damit sehe ich eigentlich euch zumindest jetzt eigentlich das nächste Mal wieder hier im Video. Extrem Champion. YouTube ist out. Peace out, XC-Fans. Bye, bye. Uuuuh, spooky. Uuuuh, spooky. Uuuuh, 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 spooky. Leider habe ich keinen Halloween-Text aufwenden können. Weil, keine Ahnung, sie wurde auf Allens plötzlich entfernt. Und ich habe gar keinen Bock, mein halbes Leben zu verschwenden. Nur nach dem Halloween-Zau zu suchen. Also. Also, guys. Ihr könnt sehen, ich bin hier im Halloween-Start. Und wir erkunden die Stadt heute im Minecraft. Also, wenn euch jetzt schon das Video gefällt, dann gebt auf jeden Fall jetzt schon mal einen Like und ein Abo. Natürlich. Das würde mich sehr krass freuen. Hopp. Hm? Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Ah, geil. Ich bin raus. Okay. Das war... Äh, ja. Das ging schnell. Wir sind scharf. Erpisst dich scharf. Niemand will dich. Warte mal. Als ob! Okay, hier. Hier, da. Das ist geschehen. Immer bildlich. Bis jetzt. Geh weg. Gut. Sieh. Lecker Fleisch. Mh, lecker. Mh, mh. Hier sind weitere Spinnweben. Weitere Skelette. Weitere Spinnweben. Das ist genau, was ich mag in Halloween. Gleich. Oh, yeah. Geil. Well, this is everything in this map. I'm a little bit disappointed, but okay. Okay. Drum nur. Ich sag's ja nur. Ich bin sehr schlecht, weil ich nicht jetzt... Wuh? Okay. Bro, wie viel Hilfe hat dieses Pferd überhaupt? Ja, guys? Okay, warte. Jetzt gehe ich mal in diese Richtung und versuche da zu zielen. Oh mein Gott. Das nächste Mal wieder. Und ich sage damit, extrem chill mit YouTube is out. Peace out, Axie-Fans. Bye-bye. Oh, Spooky. Oh, Spooky. Oh, Spooky. Oh, Spooky. Oh, Spooky-Han. Yo, what's up, Axie-Fans? Extrem Champion YouTube ist heute wieder am Start. Und Willkommen wieder zurück auf meinem neuen Video hier auf Roblox. Oh mein Gott, guys. Wir sind heute hier im Halloween-Stadt gelandet. Und überall sind schon die Leute... Ich meine, das ganze Stadt und die Häuser sind schon mit Halloween-Dekorationen geschmeckt. Was ich ernst geil finde. Wie auch immer. Oh, da ist ein Kürbis. Die nehme ich jetzt einmal mit. Easy. The Miracle of Halloween, guys, never ends. So, where do I have to go? Wow. Ah, bro. It's a freaking maze. Oh, God. Nicht dein Ernst. Ich hasse den Mazes, bro. Ah. Wow. Yo. What? 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 I bad. What the fuck? What? Hallo Jungmodo Oh, what am I doing here? What do you do? Oh, it's very nice Wow, 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 wow Oh, 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 okay Achso, ich check, ich check Man muss einfach auf die Pflanze klicken und dann wächst sie In Lichtgeschwindigkeit Okay, ich kapiere Jetzt, äh, kann ich da durch? Ja, ich kann da durch Easy, easy win Oh, geil, ich will es auch probieren Oh, wo sind wir? Ich schwör, like, hier sind Augen Spinnweben und alles Hexen getrankt und hier ist ein Fürbis bei Digga Nicht mal einmal gezögert und der Mauer macht mich einfach schon platt Als wäre ich ein Stück Scheiße oder so Oh, 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 oh Das sieht gar nicht glücklich aus, ja J ambiente you can trick me Bro, you can trick me I'm too good for this, I'm a pro at it So, jetzt kommen wir Okay, warte Oh, oh, neneneene, ich warte lieber, ich warte lieber Oh, so eine Scheiße bei mir gar nicht junge ich schwöre bei mir ist das gang mit ich bin so ein glitscht ja ich bin so ein glitsch EGOLGANG das sind geister oh ja nostalgische ich renne mein Leben bei mir ist das geblieben ah du musst es angreifen Come on. Come on, Extreme. Du kannst das. Ah. Ah. No, 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 no. Shit. Oh. Ich kann nicht mal lesen, wie viel Leben ich habe. Mega. What? Come on. Come on. Ah. Ich mach jetzt Rage try hard, bro. Come on, come on, come on. Oh, ja, 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 ja. No, I miss him. I miss him. Komm, komm, komm. Ja, 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 ja. Easy, 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 easy. Let's go. Let's go. Let's go. Easy. Easy, guys. Easy, easy. I just won. I just won. This game is broke. Yo, I win. I'm the top OG in this game, bro. So, guys, that was it for today with the video. I hope you enjoyed it. Give me a thumbs up and a thumbs up. So, ja, das game is so glitz. So, yeah, wir werden uns dann hier das nächste Mal wiedersehen. Ich sage hiermit dann, extrem champion YouTube's out. Peace out, actually, fans. Bye-bye. Let's go. We see the hype outside. Right from the house. Ticket straight from outside. Straight to the couch. We put the mic outside. Edit shit out. We letting the scouts outside. We running the scouts. Ain't no control of the game. Okay. We're livein'. Let's go. You're out.